morgen kommt auch noch mal wahrscheinlich hast du erstmal genug material für die nächste zwei wochen also ich glaube ich weiß gar nicht wie weit jetzt momentan unser maximum ist wie weit wir mittlerweile vorgearbeitet haben ich glaube ich weiß gar nicht für die letzte folge kommt irgendwo rum nächste woche über nächste woche oder so ist das glaube ich jetzt mal nachgucken so los geht's bei rocket league weit wir dann mittlerweile sind 14. november letzten letzten letzte folge rocket league raus also jetzt und heute in einer woche also sind wir eigentlich quasi wenn wir jetzt das alles durch haben in drei wochen mit drei material voraus nur so nebenbei momentan habe ich aber auch die zeit dafür das kann in zukunft das kann in zukunft alles anders wird wieder okay ich war es ja nicht hauptberuflich wenn ich hauptberuflich youtube mörder dann würde es wahrscheinlich jetzt locker die zeit dafür haben ja ja das war ein bisschen zu knapp ja das geht doch da drüber vor allem hat ja du musst da ja du musst ja ich mit dusel darüber kommen so dass falle ich ins wasser okay da geht es hier nicht ich bin drüber definitiv habe ich komme nicht über diese erste kante weg weil er jedes mal wieder ich würde dir vorschlagen schlagen noch ein bisschen dollar und die fall dahinter da kannst du mich dann ist mit schlagen genau ja du musst es halt ein bisschen rein du musst es halt nicht so drei kommen jetzt in die runde so ist es gar nicht so schlecht aber es werden meine acht schläge werden das ist arg viel naja gut das war ja schlecht ich gehe gar nicht erst darüber dann schlägt mich davor und dann musst du ziemlich wichtig durchkommen okay das geht runter bitte wird zu schlafen okay wenn ich mein zweck mal da weg damit du dadurch hinlegen kannst so lege ich aber gut schüssen vor dem ding darüber ich glaube nicht dass er das nimmt oder weil du drauf liegst doch und ja okay ja wichtig ist dass du bis vor über die planke gehst dass du der ziemlich zentral liegt sonst kommst du nicht drüber genau genau in dem moment kommt natürlich der fisch ja klar der haifisch da sehr gut ist drüber das war zu fest ok okay dass die richtung war die gleiche aber das war die fest genug bogey das ist nicht wahr ich muss halt nicht genau bei mir will ja nicht daneben rein sondern will ja quasi nur daneben gehen ja das ist doch nicht wahr ja doch die richtung stimmt ja also die die geschwindigkeit soll aber der egal wie ich die kamera dreht jetzt wenn ich wieder nach links drehe geht ja trotzdem da rechts vorbei naja ich habe aber viermal dran vorbei geschlagen an dem ding naja alles gut genug aufgeregt heute aber ja 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 eigentlich ja nie ich 30 30 40 50 50 50 50 50 50 50 40 50 50 50 komm 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 das ist ja auch ich habe zu schnell zu schwach geschlagen wo auch immer du gerade dahin willst bei man kann aber so mit voller kraft zu schlagen und irgendwie da hoffen dass noch nicht hätten auf der insel landet naja oder doch 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 okay das war mit viel glück dabei aber es hat gepasst aber meine runde ist es bislang nicht muss ich sagen noch ein bisschen runter roll runter dabei so vielleicht habe ich ein bisschen glück dass der malen in die kuhle darunter geht mädt oder nicht warum auch immer nicht sind es war man man geto Ich komme jetzt auch mal drüber, jawoll. Warte mal, wo willst du dahin? Oh, zu kurz. Uh, das war, oder? Oder, oder, oder? Nee, es geht nicht eben weiter, okay. Warum? Äh, den Schatz hängen geblieben. Ja, fahr doch da auch noch, komm. Ah, das ist doch nicht wahr. Genauso wie du auch. Ja, ja, ich auch, aber ich bin da oben hängen geblieben. Oder sitzen im Indien, im Indien, im Indien. Schatz. Hallo? ach das ist wie eben auch du musst wieder die dem moment mit der kanone abpassen auch nicht ganz ist jawohl glück hast du hängst da noch eine und so eine scheiße ecke da drin weiß ja darum ich nicht mehr drüber ok oh ja sieben schläge ich auch du musst damit zählen einfach im takt bei der kanone ja du musst wirklich langsam werden richtig muss wirklich da langsam rein das war natürlich auch nicht schlecht jetzt aber baby ist leider schon am limit ja leider na ja hat sie zu langsam zumindest dass sie sich heute david boogie jetzt schläge vier oder fünf und fünf waren es ja na ja auch voll mit schwierig wenn aber mal gucken dann hat es noch möglich sein ich bin noch nicht vorbeigekommen dem ding scheiße ich bin dieser scheiß kannte genau hin geblieben da ich komme über das ding weg nein zwar falsch ich komme jetzt röll da wenigstens doch in das ding rein na ja so zehn schläge scheiße ja ja Jetzt ruhig noch ein bisschen weiter rollen können. Herzhaft. Boogie. Ja, das ist aber ziemlich deutlich gewonnen, ne? Der Baby ist gerade die einzige, die es geschafft hat, da hochzukommen mit dem Schlag. Und auch rein, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob die drin ist. Doch, die ist drin. Ja, gut, es ist der Kugel drin, ne? Ah, voll gut. Das letzte Loch ist wieder fies. Naja, der ist jetzt auch nicht ohne hier. Ah, hat zumindest ein bisschen weh. Ja, natürlich genau daneben. Warum auch immer der da runterfällt. Herzhaft. Du bleibst an der Kante liegt in Richtung Wasser. Das gibt's nicht. Boogie. Boogie. Ich weiß nicht, warum der da überhaupt runtergefallen ist. Irgendwie war da ein Loch in der Map. Schade. Ah, 83 Schläger. Ich will zumindest nicht letzter werden. Wo ist das? Bisschen der ganze Reiner. Alles gut, wenn es wird, das ist halt so. Ach ja, das Loch. Ach komm, ernsthaft. Hau da mal ab mit deinem scheiß Arm da. In dem Moment auch das Ding mit dem scheiß Arm da ja. Nein, nein, fall doch nicht runter. Ach man. Alter. Hör die. Hör die? Frag bitte nicht wie. Frag bitte nicht wie. Wie? Frag einfach. Hör auf den Cheaten, Alter. Du cheatest doch. Ich bin gerade da hochgesprungen. Abgeprallt und genau oben rein. Ja, wir kommen ja in den Winkel gar nicht rein. Ich muss es ja mal beim Stream dann angucken. Ja, mal gucken. Ich weiß, ich bin zu schnell dafür gewesen. Dankeschön. Warum auch immer ich da jetzt runterfalle? Ich lag da nur. Ich hab noch nie mal was gemacht. Ja. Der fällt doch. Der fällt doch dem scheiß Ding wieder raus. Ich fahr da gut dabei. Und er sagt dann, Nö, ich fahr da wieder raus. Das ist das scheiß Loch. Ja. Elf Schläge. Damit bin ich gesetzter. Das ist bitter. Ja, du hast es aber souverän gewonnen, muss ich sagen. So, feiern wir heute. Zeit fürs Bett. Wir haben jetzt angefangen um halb sechs. Wir haben jetzt mittlerweile halb zwölf, sprich sechs Stunden aufgenommen. Also wenn du jetzt noch sagst, du hast nicht genug Material, dann weiß ich auch nicht. Nein, alles gut. Wir haben bestimmt jetzt vor zwei, also drei Wochen noch im Voraus. Und das ist sehr hart. Und das ist sehr hart.